Herzlich Willkommen auf meinem Kanal idu. Ich zeige euch heute, wie man dieses kleinen Aquarium ganz einfach nachbauen kann. Dazu brauchen wir folgende Dinge, die ich in den Tag habe, zählen nicht. Einfach mal ganz kurz genommen. Das hier sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 Blöcke, 1, 2. So, dann ein bisschen hoch. Das ist zwar zu hoch. Insgesamt ist es dann 3 Blöcke hoch. An den Seiten das hier. Machen. Dann geht es hier so die Säulen hoch. Man braucht hier solche Säulen immer. Dann gibt es hier eine Verbindung. Dann haben wir schon mal das grobe Gehäuse. Oder dafür müssen wir noch so machen. Dann ist Sand reinzumachen wichtig. Dann das erste Schiff kommt mal Glas hin. Das braucht man immer. Wasser rein. Wasser rein. Dann hier nochmal schnell Glas hin. Ich überlege gerade, wie ich es am besten mache. Wasser, 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 Fische, nochmal Wasser. Dann schnell zu bauen, bevor was passiert. Deswegen sollte man keine Sachen in der Nähe haben, die kaputt gehen. Das es dann am besten noch ausschaut. Hier die Sachen mit Holzfalltüren zudecken. Da schaut es nämlich am besten aus. Und dann hat man so ein kleines Ding. Je nach Geschmack kann man es hier auch noch hier mitmachen. Aber ich finde, das schaut nicht anders aus. Ich finde es ohne den einfach besser. Das war es mit einem kleinen Tutorial. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt gerne liken und abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.